Und hallo, willkommen zurück. Ja, kein anderes Gerät. Weiter geht's. Oh, wer ist denn das da unten? Hat den Hammer? Ist das da nicht? LOL. Was für ein Teufel? Okay, okay. Die kann scheinbar gut zaubern. Toll, ein Hinterhalt. Aha. Ich wusste, es ist ein Hinterhalt in einem Hinterhalt. Ich wusste, es ist ein Teufel. Was ist denn das? Beitsche! Ja! Er hat flüchtig gesehen, er hat was drücken gelassen. Spannbombe! Ja, super! Geil, ich hab ne Peitsche! Nein! Geil! Ich weiß, ob sie es da runterschießen können. Ich weiß nicht, ob hinter mir! Oh, perfekt Nein Jawohl Alter Nein, nein, was? Ich habe doch geblockt Alter Was war das denn? Boah Okay 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 Er schießt ja Hä? Boah Weg mich Wieso kommst du jetzt schon? Boah Heilige Zu sehr Abgelenkt So, jetzt darf ich wieder von vorne an Äh Alter Die Keule macht ja voll den Blutverlust Boah Boah Oh Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Entschuldigung, wenn ich jetzt hier nix sage, ich bin leicht erschrocken. Alter. Ach du, ein kleiner... ...weckiger... ...hat er mich doch erwischt. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Abhauen. Aber nicht runterrollen. Sehr gut. So, diesmal überraschte ich mich nicht. Wo ist denn kleiner Freund? Ah, ich bin da unten. Ja, komm her, komm her. Sehr gut. Hat er was? Nein, ist nein. Nein, das ist okay. Sind die überhaupt peintlich oder erschrecken die nur einen? So, wir kommen zurück zu diesem kleinen Schützengraben. Guck, guck. Guck, guck. Guck. Okay, ah. Was ist das? Sollte ich mich mit Beinen? Jawoll! Aua! Boah, mach den schnellen... Buchbinderheap! Nee, das gibt's doch nicht! Das ist nicht so schnell... Ich kann mich nicht... Aua! 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 missionaren schuhe alles klar es ist eine missionärin ok lehmann sagt auch da ist ja schon da was sagt der kultus gibt ein hart in dem sagt in einem haus nebenan auf dem langen gang also also ja ja ist ja ist ja 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 keine ahnung ja 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 Nein. Moment, ich bin so scheu irgendwie jetzt. Angst vor dem Unbekannten. Wohin? Ah, das ist kein Exo. Ah, ist das da? Ah, da ist das Ding. Ist das noch mal? Nein. Okay, da ist das Ding. Oha. Äh, wie komme ich da aufs Dach? Oh, ohne abzusturzen. Ah, ich muss sprinten, glaube ich. Nein, 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 nein. nein 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 oh mein gott oh mein gott nein oder war's das jetzt Nein! Nein! Okay, leuchtbarer Tinten. OMG! Ja, Juham, leuchtbarer Rasten. Ja, bitte. Nein! Ist hier jetzt ganz weg? Nein! Scheiben! Oh, im nahe Alter! Nein! Scheiben! Mein Gott! Scheibenpreck! Du hast von... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war's für diese Folge, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.